Und weiter geht's mit Let's Play Overlord. Entschuldige für die Unterbrechung. Ich kann auch wirklich nie ohne irgendwelche Unterbrechungen Videos drehen. Immer stört mich irgendwer. Naja gut. Prinz Ferdinand. Prinz Ferdinand. Fürst Ferdinand. Ah. Fürst. Fürst. Obwohl er diesen Titel nicht verdient hat. Ähm. Er ist geflohen. Er will seine Hochzeit da feiern. Aber ich lass das nicht. Außerdem hat er was komisches gesagt. Hä? Hör für dich nicht in diesen Turm zu gelassen. Tod. Oh mein Gott. Sie sterben, um mich zu erfreuen. Warum sind das so viele? Worte nicht alle meine Gäste. Doch. Alle sterbt. Sterbt. Wieso Vieh? Beleidigst du gerade meine Scherf? Ich hoffe nicht. Warum kommen die immer wieder nach? Um mich zu erfreuen. Also wir raus. Aber wie komme ich hier raus? Bleib mal eben hier meine Scherf. Ach, Fürstfeld in der Tat. Viele Gäste eingeladen, aber... Wow. Immerhin bietest du ein wenig Unterhaltung. Aber komme nicht zu nahe, Tagelöhner. Zweikampf willst du mit mir? Kommt! Nein! Vernichtet sie! Sie sind einfach in der Überzahl. Ich habe Dinge getan, und wie du dich mal träumst, Kleidermann! Er hat so viele von meinen Scherf getötet. Aber endlich haben wir ihn im Kampf gestellt. Ah! Jetzt! Welcher Zauberer? Welchen Zauberer? Stürb endlich! Stürb endlich! Er ist weg! Ich kann nicht glauben, dass ich so lange versucht habe, gut zu sein. Ich dachte, nur die anderen hätten Spaß. Jetzt fängt das an. Folgt ihm. Ja, ich hasse diese rote Lüge, ne? Ich kann dir gar nichts sagen, wie gut es sich anfühlt, die Fesseln der Moral und antiquierter Dogments abzuwerfen. Ich habe die Fesseln der Moral schon lange abgedrückt. Okay. Wieso flüchtet er immer? Hä? Oh nein! So groß. Zwei! Und wir haben... 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 Wir haben... Der ist nicht tot. Lass das. Verfolg diesen Dämon! Komm zurück! Du bist gar nicht ungeschickt, Bauer. Aber bilde dir nicht zu viel ein. Ich bin besser. Ich hasse dich. Ich will dich im Staub liegen sehen, du Versager. Was meinte er bloß mit dem Zauberer? Der Zauberer ist egal, welcher Zauberer. Welcher Zauberer? Ist das der alte Mann, von dem Jule und Kahn schon gesprochen haben? Ich bin hier. Und dieser geizige Zwergenkönig bekommt seine Hochzeitsgeschenke nicht zurück. Wenn ich keine Hochzeit bekomme, will ich wenigstens Geschenke. Das ist Vanessa. Aha. Klingt sehr verlockend. Da ist er! Da ist er! Noch irgendwas, was wir da brauchen können. Nein. Gut. Ich würde sagen, ich schneide das Video erstmal. Zum nächsten Video machen wir diesen Möchtegern-Fürst. Möchtegern-Fürst.